Ich bin Giuseppe Vongudica, 26 Jahre alt, gebürtiger Angolana. Mein Name ist Mohamed, ich komme aus Syrien, ich bin 21 Jahre alt. Ich stürme beim SV Sandhausen. Ich lebe mittlerweile schon seit 24 Jahren in Deutschland. Seit einem Jahr bin ich hier in Deutschland und ich spiele beim SC Lechnisch-Germania. Kannst du mir etwas erzählen über Angola? Angola ist ein sehr schönes Land, wie bestimmt Syrien auch. Es ist ein Land, wo früher lange im Bürgerkrieg war. Das war auch der Grund, weswegen wir hier nach Deutschland geflüchtet sind. Das war 1992, da musste meine Familie und ich dann halt aus dem Land flüchten. Wenn das hier Afrika ist, ist hier Angola ungefähr. Wo ist denn Syrien? Syrien ist da, ja. Wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? Hier ist das Mittelmeer. Ja, von Syrien nach Libanon mit dem Bus und danach mit dem großen Chef nach der Türkei. Von der Türkei mit dem Boot im Meer nach Griechenland. Ihr seid von der Türkei bis nach Griechenland mit dem Boot? Ja. Okay. Das war drei Stunden im Meer, vier Stunden. Es war sehr schwer. Viele Leute im Boot. Ja. Wie bist du dann hierhin gekommen? Nach, äh, äh, wie heißt das? Äh, äh, nicht Serbian, Makedonien. Mazedonien. Mazedonien, ja. Und danach in Serbien. Und, äh, Österreich. Und danach kommt... Bist du zu Fuß immer gegangen? Oder mit dem Bus? Ja, Bus, mit dem Fuß. Wie lange hast du dafür gebraucht? Wie viel? Fast einen Monat, ja. Bist du in Deutschland warst? Ja, das war sehr schwer. Woher wusstest du, als du hier in Europa warst, wo Deutschland ist? Mit dem GPS ein Mann. Mhm. Am ersten Stift und dann gehen wir mit diesem Mann. Viele Gruppen, viele Gruppen hier. Wenn wir laufen. Mhm. Wohin, weiß ich nicht. Ah, okay. Ja, mit dieser Leute. Wärt ihr zum Beispiel in Belgien gewesen? Wärst du auch einfach in Belgien geblieben? Ja. Wohin, weiß ich nicht. Wohin, weiß ich nicht. Nein, 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 nein! Ja. Wohin, weiß ich nicht.